Einen wundervollen guten Tag, herzlich willkommen zu einer weiteren Challenge aus dem Job-Interview. Das heißt tatsächlich im Bewerbungsgespräch und zwar dieses Mal eine Challenge von Microsoft. Und ja, ich mochte diese Challenge sehr, ich fand sie mathematisch sehr spannend. Es ist heute ein bisschen mehr mathematisch als tatsächlich programmiertechnisch, aber es ist sehr interessant gewesen. Und zwar, ihr habt im Endeffekt gar nichts gegeben und ihr sollt eine Funktion erstellen, eine Berechnung erstellen, die euch den Winkel zwischen dem Minutenzeiger und dem Stundenzeiger ausgibt. Ja, ich weiß, die meisten von euch werden wahrscheinlich gar keine Analoguhr mehr haben, sondern eigentlich alle nur noch digital, aber in diesem Fall haben wir es mit Analoguhren zu tun und das hat tatsächlich auch mal einen praktischen Sinn, wenn man solche Winkel berechnen kann. Und ja, tatsächlich, diese Frage, ich muss dazu sagen, diese Frage wurde natürlich eigentlich nicht gestellt als Python-Job-Interviewed-Question sozusagen, sondern einfach nur so als einfache Frage, quasi Pseudo-Code-artig. Aber Python kommt meiner Meinung nach am nächsten dran als Pseudo-Code-Sprache und hier sollte man einfach nur ein bisschen mathematisches Geschick zeigen. So, was man allerdings hierbei beachten muss, ist folgendes. Und zwar, der Stundenzeiger, der springt nicht etwa, wenn wir plötzlich 11 Uhr haben, von 10.59 Uhr auf 11 Uhr springt er nicht von 10 auf 11, sondern er läuft die ganze Stunde lang ganz, ganz leicht mit. Und wir können das hier vereinfachen und nehmen einfach an, dass der Stundenzeiger unendlich glatt ist. Das heißt, er läuft immer jede Sekunde sozusagen ein ganz, ganz kleines Stückchen mehr und das macht uns die ganze Berechnungsformel ein bisschen leichter. Das muss man dazu sagen hier. Okay, also im Endeffekt, unsere Formel ist eigentlich relativ mathematisch und zwar, wenn wir uns hier mal die Funktion Rotation angucken, die natürlich mit Hours and Minutes als Input arbeitet, das dürfen wir definitiv annehmen. Print Rotation von, wie spät haben wir es denn gerade, 11 Uhr und 3 Minuten. Okay, 11 Uhr und 4 Minuten, jetzt hat es gerade vorgeschlagen. So, dann wollen wir natürlich das hier ausrechnen. Und ja, unsere Frage ist natürlich, okay, wie ist denn eigentlich der Winkel überhaupt? So, ich habe das jetzt mal ganz kurz hier an die Seite geschoben, damit ich hier leichter draufklicken kann. Also, wir haben hier den Winkel von einem Minutenzeiger und von einem Stundenzeiger. Und unsere Idee ist jetzt als allererstes mal, wie ist denn eigentlich überhaupt der Winkel? Also, wie können wir den Winkel generell berechnen? Und die Antwort ist eigentlich relativ logisch, denn, naja, wir haben hier ja 60 Minuten in einer Stunde und ein voller Greis hat 360 Grad. Wir dürfen im Gradmaß rechnen, wir müssen nicht Bogenmaß machen. Könnt ihr machen, aber wie ihr wollt. Wenn ihr lieber Bogenmaß macht, macht Bogenmaß. Und das bedeutet, und der Stundenzeiger natürlich, 12 Stunden für eine Vollumdrehung. Das bedeutet erstmal, als Berechnungsvorschrift haben wir hier für den Stundenzeiger, ich nenne jetzt mal H, 360, also ganz grob gesagt, jetzt mal 360 durch, naja, 12 Stunden sind 12 mal 60 Minuten. Und der Minutenzeiger, naja, der hat natürlich nur 360 durch 60, was 60 wäre. Aber das können wir auch im Skript ausrechnen lassen. So, und ja, im Endeffekt ist das ja schon unsere eigentliche Berechnungsformel. Das heißt, wir können hier ausgeben, H, wir nennen es einfach mal nur H tatsächlich, H und M, 360 durch 12 mal 60 und hier 360 durch 60. So, das ist das, was sie quasi pro Minute an, naja, an fortlaufendem Ding machen. Also an fortlaufender Umdrehung sozusagen. Das bedeutet, jede einzelne Minute macht unser Stundenzeiger 360 geteilt durch 12 mal 60 Grad weiter. Und der Minutenzeiger, naja, 360 durch 60 sozusagen. Und ihr könnt das natürlich auch auf die Sekunde genau rechnen, wenn ihr wollt, aber das müssen wir hier tatsächlich, glaube ich, nicht machen. So, jetzt ist natürlich die Frage, naja, wie weit sind wir jetzt hier eigentlich? Also, wie viel Grad haben wir jetzt hier tatsächlich in unserem Minutenzeiger? Das ist ja bloß das, was wir pro Minute machen. Also schreiben wir hier mal H per Minute rein. Und nennen natürlich unseren unseren Unsachen auch M per Minute. Und dann wäre natürlich H gleich H per Minute mal, naja, wie weit ist er denn schon gelaufen? Na ja, natürlich die Hours, die wir hier oben bekommen haben, also Hours. Und wie viel noch? Na ja, mal 60 das Ganze, weil eine Stunde hat 60 Minuten. Und wir rechnen hier per Minute, das sagt ja schon hier der Name von dieser Variablen, Hours mal 60. Und hier müssen wir natürlich noch die Minutes mit einrechnen. Wie gesagt, der Zeiger läuft ja weiter während der Stunde. Und in M, naja, M rechnet sich relativ simpel, äh Quatsch, ich meine einfach nur M. M ist gleich M per Minute mal Minutes natürlich. Und wenn wir hier eine volle Minute erreichen, dann sind wir hier wieder bei Null. Cool. Okay, jetzt natürlich die große Preisfrage, ähm, wie kriegen wir, also lasst uns mal das ganz kurz ausgeben für unsere aktuelle Zeit und zwar H und wir printen uns M aus. So, und lasst uns jetzt hier mal ganz kurz ausgeben, wie es eigentlich aussieht. Ähm, haben wir das zurückgegeben? Ah, das war der Full-Bine-Roll-Tree, sorry. Ähm, hier, 332 und 24, so bei 11 Uhr, ähm, was habe ich gesagt? 11 Uhr 4. Wenn wir bedenken, dass wir 360 Grad pro Stunde haben, dann kommt das ziemlich genau hin. Ich meine, 11 ist relativ nah an der 12 dran und, naja, 24 ist relativ nah an der Null dran, also passt das eigentlich ganz gut. Wenn wir jetzt hier allerdings 12 und 0 machen, dann müssen wir uns das Ganze nochmal angucken, dann haben wir hier natürlich 360 und 0. 360 ist aber vielleicht nicht unbedingt das, was wir haben wollen, weil 360 ist 0. Das heißt, wir wollen hier tatsächlich das Ganze noch vielleicht Modulo rechnen, würde ich zumindest mal behaupten. Und zwar Modulo 360 und natürlich hier das auch, damit wir hier einheitliche Werte haben. Also Modulo 360 dafür, dass wir sozusagen einen Wert zwischen 0 und 355 bekommen. Jetzt kriegen wir hier nämlich auch 0 Grad raus und das ist, glaube ich, besser für uns. So, jetzt ist das natürlich erst die erste Challenge und jetzt müssen wir uns überlegen, okay, wie kriegen wir denn eigentlich den Winkel zwischen den beiden Zeigern raus? Also wir haben jetzt hier zwei Winkel, die jeweils von 0 Uhr sozusagen sind. Und das bedeutet, wir müssen hier uns überlegen, wie kriegen wir denn den Winkel jetzt dazwischen raus? Und das ist relativ einfach. Ich meine, wir können hier einfach das Ganze subtrahieren, beziehungsweise, ja, subtrahieren im Endeffekt. Und das heißt, wir machen hier einfach den Angle. Angle heißt Winkel auf Englisch, falls ihr es nicht wusstet. Den wir berechnen aus dem Stundenwinkel H minus dem Minutenwinkel M und ja, den geben wir theoretisch zurück. Aber freut euch noch nicht zu früh, es ist noch nicht ganz fertig. Wir returnen den jetzt erstmal und dann sehen wir gleich, was ich meine. Klar, wenn wir jetzt hierbei sind, dann sind wir hier bei exakt 0, weil die beiden Zeiger quasi aufeinander stehen. Wenn wir bei 18 Uhr sind, dann sind wir hier bei 180 Grad, weil der Zeiger oben bei der 12 ist, also der Minutenzeiger oben bei der 12 ist und der Stundenzeiger woanders. Wenn wir jetzt aber hier zum Beispiel 18.45 Uhr draus machen, dann sind wir hier bei minus 62,5, was nicht ganz so geil ist, weil hier natürlich auch, ja, ist nicht so realistisch, sage ich jetzt mal. Und deswegen, was man hier eigentlich möchte, wäre auch wieder ein Winkel zwischen 0 und eigentlich 180 Grad, wenn man es genau nimmt. Also wir haben hier hier nur zwischen 0 und 180 Grad die Möglichkeit, weil, lasst mich nochmal kurz die Uhr raussuchen. Hier, wenn wir, also wir haben ja immer zwei Winkel sozusagen, wir haben den Winkel dazwischen, der hier, und wir haben den großen Winkel außenrum. So, und in dem Fall ist es hier der kleine Winkel, den wir eigentlich haben wollen. In dem Fall ist der kleine Winkel allerdings auf der Seite. Das heißt, es ist sozusagen abhängig davon, welcher Winkel kleiner ist. Und ja, hier nehmen wir natürlich auch den kleinen Winkel. Das heißt, es wechselt, welche Seite von mir quasi uns angucken, aber es, ja, es sollte trotzdem eben kleiner als 180 sein. Was aber, by the way, nicht heißt, dass wir hier einfach Modulo 180 reinhauen können, weil 180 wäre dann 112,5. Der Modulo berechnet sich ein bisschen anders. Das Problem an dieser Sache ist einfach, dass wir, ja, wie gesagt, hier dann mit Apps, mit, mit, jetzt habe ich schon verraten, schade, okay. Mit Modulo berechnen wir das Ganze ja so, als wären wir quasi vorwärts gegangen. Also, ja, einfach eine andere Berechnung. Was wir hier brauchen ist natürlich, ich habe es gerade schon gespoilert, Apps, das Absolute. Und das heißt, wir berechnen hier das, das, ja, Absolute davon. Und jetzt haben wir sozusagen hier Modulo 180 und dann sind wir hier bei 67,5 Grad. Alternativ könnt ihr das Ganze natürlich auch mit Minimum berechnen. Das heißt, wir sagen hier nicht Modulo, sondern wir sagen hier das Minimum von entweder diesem Winkel hier oder, naja, diesem Winkel und 360 minus diesem Winkel. Also, das Minimum aus den beiden, was im Endeffekt euch dasselbe bieten wird hier in diesem Fall. Wir können hier gerne mal ein bisschen durchprobieren und zwar mit 11.45 kriegen wir 82,5 Grad, mit, ähm, mit 9 Uhr, 19.45 kriegen wir 37 Grad und mit, jetzt haben wir noch, 7.45 kriegen wir auch 37,5 Grad. Also halt immer der richtige Winkel sozusagen. Und das ist eigentlich ganz angenehm, ähm, was, ja, was im Endeffekt uns auch hier ein bisschen helfen kann dabei. Gut, das ist im Endeffekt alles, was wir hier brauchen und damit haben wir die Challenge eigentlich wieder mal in soliden 10 Minuten gelöst. Ich würde sagen, wir haben auch sehr viel dazu gelabert, also ich habe sehr viel dazu gelabert und ich glaube, das kann euch, ähm, das ist definitiv eine annehmbare Lösung hier, würde ich sagen. Gut, schreibt mir gerne, wie es euch gefallen hat. Schreibt mir gerne, was ich an den Challenges bitte, bitte verbessern kann, damit sie noch besser für euch sind. Und ja, ich brauche wie immer Feedback von euch, deswegen immer her damit. Okay, das war's von meiner Seite. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.